Wenn es dich interessiert, kann ich es dir auch genau begründen von gestern. Du, es war das große Glück, dass du es nicht mit mir gemacht hast, also für alle. Deswegen, ich glaube, mit Yvonne solltest du reden. Warum redest du mit mir so? Ich sage dir hundertmal Halsmaul, wenn ich will. Warum redest du mit mir so? Was hast du für ein Problem? Ich habe überhaupt kein Problem mit dir, aber warum redest du mit mir so? Dann mach mich in Ruhe. Ey, überleg einfach mal, was du sagst. Mach mich in Ruhe jetzt. Das wäre einfach, das würde Stärke zeigen, mit Yvonne zu reden. Wir sind ja hier, um Scheiße zu vermeiden, egal wie genervt man ist. Und selbst ich habe daraus gelernt, aber auf jemanden zuzugehen. Was willst du, was willst du? Die ist ja auch zugegangen. Ich bin ja gegangen. Du hast ja gesagt, verpiss dich, Halsmaul. Ich finde, ihr solltet, mir ist das Scheiß, egal was du zu mir sagst oder über mich sagst. Und ob man mich nominiert oder nicht. Du hast gesagt, Halsmaul, sorry ey. Ich habe zu dir gesagt, ja, weil du mich von hinten anlaberst und ich in dem Moment nicht mit dir reden wollte. Aber trotzdem, Halsmaul zu mir zu sagen, hast du mal ein bisschen Respekt. Aber dann hast du ein bisschen Respekt. Da bist du es ja geschuld, wenn du mir hinterherläufst. Selber schuld, willst du mich verarschen? Ganz ehrlich, was erwartet sie von mir? Sie hat mich zweimal nominiert und ich darf sie nicht nominieren? Was ist das für eine Frau? Sorry. Und jemand zu sagen, halt die Fresse, verpiss dich oder so, sorry. Ja, wenn du mich anlaberst, wenn ich von dir nicht angelabert werden möchte, dann hast du das halt auch zu akzeptieren. Aber nicht laber mich nicht vor und halt die Fresse. Und wenn ich von dir weglaufe und Abstand versuche zwischen uns zu bringen und du mir hinterherläufst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn ich dann hochgehe. Sie ist einfach ein Fake Girl, die labert nur Scheiße. Sie denkt halt wirklich, sie wäre Grand Dame. Du checkst es nicht, ne? Ne, du checkst es anscheinend. Du checkst es anscheinend nicht. Du bist doch dumm, ey. Du bist richtig dumm. Ist ja einfach nur abgrundtief peinlich. Boah, ne, also... Was laberst du denn die ganze Zeit? Oh mein Gott, du bist so peinlich. Das Einzige, was du kannst, war dieser Rosenkrieg mit Iris und Peter. Und was kannst du? Deinen Mann fertig zu machen und anschreien und bedrohen. In meinen Augen ist sie leider dumm. Was hat sie denn erreicht in ihrem Leben? Gar nichts. Boah, hm, armes Mädchen. Ich glaube, hier ist keiner besser als der andere. Das ist albern, dass die Menschen nach dem Nominieren so abgehen. Das ist ein Scheißspiel. Mit dem Fingerzeigen braucht hier schon mal gar keiner. Das war ja Kindergarten, schlimmer als meine Kinder.